Gedicht vom Wärmepumpen-SEO Wärmepumpen-SEO, was das wohl ist? Ich sag mal so, ganz großer Mist. Ist nur erfunden, für den Zwecke, zu wärmen bis zur letzten Ecke. Wärme soll ich pumpen, also borgen, das macht angeblich keine Sorgen. Und optimieren fürs World Wide Net, da bleib ich lieber gleich im Bett. Da ist es kuschelig und warm, ihr denkt, ich nehm euch auf den Arm? Nein, nein, es ist so wie ich sage, ich brauch gar keine Heizanlage. Die echte Wärme kommt von innen, da gibt es wirklich kein Entrinnen. Die Wärme gibt es ohne Pumpe, glaubt nicht das andere Gelumpe. Und was ist mit der Suchmaschine? Das ist wie feuchte Gelatine. Ist flutschig und nicht gut zu fassen, ich denke mal, ich werd es lassen. Es geht auch ohne Manipulation, allein mit Konfiguration, läuft alles wie von ganz allein, das ganze Seeho muss nicht sein. Und was kommt dann in einem Jahr? Balkonkraftwerk, Seeho, ist ja klar. Es ist aber voll.